Moin Leute, in diesem Video habe ich einen richtig einfachen Solo Money Glitch für euch am Start, mit dem ihr richtig viel Geld machen könnt, ohne irgendwas groß zu besitzen. Das Ganze ist Solo, mega, mega einfach und bekommt jeder von euch hin, egal welches Level ihr seid, egal wie lange ihr GTA Online spielt, ihr braucht keine großen Voraussetzungen. Und deshalb solltet ihr auf jeden Fall bis zum Ende am Start bleiben, lasst auf jeden Fall auch gerne einen Like da. Vielleicht schaffen wir heute mal wieder die 399 Likes und lasst auch auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bevor wir rein starten in das heutige Video, falls du noch ein bisschen Geld brauchst in GTA Online oder vielleicht auch ein paar Level, dann schau mal in die Videobeschreibung, dort ist JG Gaming verlinkt. Und bei JG Gaming findest du wirklich alles, was du rund um GTA Online gebrauchen kannst, Geld, Level in Money Boost, Unlock All Accounts und eben in Rank Boost. Und da kannst du dir alles selbst zusammenstellen für deinen eigenen Account, für einen neuen Account und eben für alle Plattformen. Super, super einfach, super günstig und ihr habt eine schnelle Lieferung. Ihr könnt dann auch bei JG Gaming 10% sparen auf eure Bestellung. Dafür müsst ihr einfach nur bei den Rabattcodes meinen Code PIRO eingeben und ihr bekommt, wie gesagt, dann 10% Rabatt auf eure Bestellung. JG Gaming ist auf jeden Fall sehr sicher und der beste Weg für euch, um an schnelles Geld zu kommen, ohne dafür irgendwas zu tun. Und auf jeden Fall auch besser als Sharker zu kaufen. Also schaut auf jeden Fall gerne bei JG Gaming vorbei, wenn es euch interessiert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in das heutige Video. Let's go! So, für den heutigen Glitch braucht ihr erstmal ein Auto und zwar diesen Sandking XL hier. Den könnt ihr entweder auf der Straße finden oder ihr könnt ihn euch einfach kaufen. Also wenn ihr keinen Bock habt, ihn zu suchen, dann kauft ihn euch. Aber wenn ihr kein Geld habt oder euch den eben nicht kaufen wollt, dann könnt ihr ihn auch ganz einfach bei Saufan San Andreas Super Autos kaufen. Ich werde euch das Ganze nochmal zeigen. Wie gesagt, da braucht ihr ihn nicht suchen. Aber ihr findet diesen Wagen auch eben ganz einfach auf der Straße. Manchmal hat man auch einfach keinen Bock zu suchen. Manchmal dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Und deswegen könnt ihr euch den auf jeden Fall hier auch kaufen. Und zwar hier für 45.000 GTA-Dollar könnt ihr euch den hier einfach kaufen, egal welche Farbe. Und den müsst ihr euch dann in irgendeine Garage stellen. Oder ihr habt eben schon einen. Hier zum Beispiel ist auch einer. Das ist dieser Sandking XL, den ihr jetzt eben braucht. Ich habe hier einen von mir aus der Garage. Und diesen Sandking braucht ihr. Gerade hier in dieser Gegend, in dieser sandigen Wüstengegend, findet ihr den eigentlich recht häufig. Also da einfach mal hier durch die Gegend fahren und irgendwo werdet ihr den auf jeden Fall dann finden. So, als nächstes könnt ihr das Ganze auf jeden Fall in einer Einladungssitzung machen. Ihr solltet aber euch hier in dieser Umgebung aufhalten. Und am besten habt ihr in dieser Gegend auch eine Garage. Ich werde euch jetzt gleich mal eine Garage zeigen, die sich für den heutigen Money-Glitch, für den heutigen Money-Trick richtig lohnt. Weil sie eben richtig gut hier in der Nähe ist. Und zwar ist das die Garage hier vorne. Das könnt ihr auf der Karte jetzt hier auch schon sehen. Die braucht ihr nicht. Ihr könnt auch irgendeine andere Garage haben. Ihr braucht für diesen Glitch heute einfach nur eine Garage. Das reicht schon. Aber am besten ist diese hier. Die hatte ich früher mal, aber ich habe sie nicht mehr, weil die nicht so viele Stellplätze hat und ich immer 10er-Garagen haben wollte. Und jetzt könnt ihr sehen, die kostet 62.500 GTA-Dollar. Aber ich werde euch versprechen, dass ihr mit der heutigen Methode richtig viel Geld machen werdet und dann euch auch diese Garage leisten könnt. Also ihr könnt das mit irgendeiner Garage machen, aber die lohnt sich eben am meisten. Habt ihr jetzt also eine Garage Minimum und diesen Sandking XL gefunden oder gekauft, dann geht ihr immer auf die Karte und begibt euch ungefähr zu dieser Position hier, wo diese Garage eben ist. Guckt euch das hier nochmal an im Video und hier ungefähr müsst ihr euch hinbegeben. Ihr könnt euch auch auf die Straße stellen. Das ist komplett egal. Als nächstes gehen wir einmal auf die Option-Taste, gehen auf Online, gehen auf Jobs, auf Jobs spielen, gehen auf Rockstar erstellte Jobs und dann gehen wir auf die Missionen. Gehen ein bisschen weiter runter, bis wir die Mission haben, Zeit zum Abhauen. Diese müssen wir einfach nur starten und ja, euren Spawnort solltet ihr auf letzter Ort haben, das bietet sich immer an. Dann, wenn ihr in dem Jobmenü seid, einfach Einstellungen bestätigen und spielen. Da müsst ihr nichts einstellen, ihr müsst die Mission noch gar nicht spielen. Wir machen jetzt gleich eine Sache und damit werdet ihr, wie gesagt, sehr viel Geld machen, aber ihr braucht dafür, wie gesagt, eine Garage. Und ihr seht schon, sonst braucht ihr nichts. Den Sandking könnt ihr euch kaufen, müsst ihr aber nicht, den könnt ihr auch einfach auf der Straße finden. Also, ja, es ist, wie gesagt, super einfach und ihr braucht keine Voraussetzungen. Ich denke mal, eine Garage sollte eigentlich jeder von euch haben. Und wenn nicht, dann könnt ihr auch ein, zwei Missionen spielen und habt das Geld, um euch eine richtig billige Garage zu kaufen. Und was ihr jetzt einfach macht, ist, ihr begibt euch eben auf diese Straße hier. Ja, das ist ganz wichtig. Und jetzt müsst ihr genauso fahren wie ich einmal hier links rum. Merkt euch das einmal, denn das ist wirklich wichtig, dass ihr gleich so fahrt wie ich. Jetzt fahrt ihr hier einfach auf der Straße lang. Und da vorne kommt gleich ein Schild und das ist auf jeden Fall wichtig für uns. Denn wenn wir bei diesem Schild da vorne angekommen sind, müssen wir einmal hier auf die rechte Seite fahren. Ja, wir sehen jetzt hier das Schild. So, und wir fahren jetzt hier einfach rechts lang. Ja, wir können auch mal kurz aufs Handy schauen. Dann sehen wir nämlich, dass unsere Uhrzeit gefreezed ist auf 12 Uhr. Das ist auf jeden Fall wichtig für die heutige Methode hier, für diesen heutigen Money-Trick. Und jetzt fahren wir hier einfach lang. Wie gesagt, das solltet ihr alles so machen. Ey, jetzt hänge ich hier fest. So, jetzt fahrt ihr hier weiter. Guckt ein bisschen nach rechts. Ja, fahrt ihr trotzdem weiter, 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 weiter. So, guckt ein bisschen nach rechts, guckt ein bisschen nach rechts. Und wenn ihr jetzt hier angekommen seid, guckt ihr nach links, fahrt nach links. Und dann werdet ihr sehen, dass hier ein neuer, voll aufgetunter Sandking XL steht. Also der gleiche, wie den, den ich hier habe. Und da könnt ihr jetzt einfach einsteigen. Und den könnt ihr jetzt in irgendeine Garage von euch hier liefern oder einfach reinstellen. Ihr müsst aber natürlich wissen, wo eine Garage von euch ist. Ja, und deswegen sage ich ja, die Garage hier vorne lohnt sich am meisten, weil ihr eben keine lange Fahrzeit habt. Ja, dann fahrt ihr einfach lang und stellt es in die Garage oder in eure Garage. Deswegen, wenn ihr eine Garage in der Stadt habt, dann fahrt die natürlich ziemlich lange. Deshalb würde ich euch tatsächlich empfehlen, kauft euch diese Garage hier für 60.000 Dollar. Stellt euch die Garage voll und dann könnt ihr immer wieder eure Autos verkaufen. Das macht ihr jetzt, ich weiß nicht wie viele Stellplätze die hat, aber ich glaube 5 oder so. Und dann stellt ihr euch die erstmal voll und könnt danach dann wieder weitermachen, verkaufen, Autos vollstellen, die Garage vollstellen. Und ich werde es euch jetzt nochmal zeigen. Ich bin jetzt hier mal in dem Auto. Also zum Beispiel jetzt hier ist meine Garage, ist sie zwar nicht, aber wenn jetzt hier die Garage wäre, einfach in die Garage reinfahren und das Auto gehört euch und ihr könnt es dann verkaufen. Ich werde es dann nochmal hinfahren. Wie gesagt, es geht super schnell. Ja, und das Einzige, was ihr braucht, ist eine Garage und ein Sand King XL, den ihr auch einfach auf der Straße finden könnt. Das Einzige, was ihr wirklich machen müsst, ist eine Garage kaufen. Aber ich denke mal, viele von euch werden die schon haben, weil ja, jeder von euch wird mindestens eine Garage haben, weil ihr habt ja auch irgendwie Autos. Und wenn nicht, ihr könnt immer Missionen spielen. Ja, da bekommt ihr immer zwischen 10.000 und 30.000 Dollar. Und das reicht dann auch, um euch eben eine Garage zu kaufen. Das muss keine 10er Garage sein. Hauptsache, ihr habt da ein paar Stellplätze und könnt da ein paar Sand Kings reinstellen. So, wir fahren jetzt hier wieder lang. Und ein bisschen nach rechts gucken, weil wir hier angekommen sind bei dem Haus hier. Ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach rechts gucken. Und jetzt müsste da ein neuer Sand King stehen. Ist auch so, ein blauer. Die haben einen kleinen Unterschied. Also, ich weiß gerade nicht, welcher von beiden teurer ist, aber ich glaube, der blaue, ich glaube, der ist ein bisschen teurer beim Verkaufen. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Wie gesagt, dann könnt ihr einfach einsteigen und den wieder in die Garage packen. Und das könnt ihr jetzt so lange machen, bis eure Garagen voll sind. Und ich meine, das kostet euch nichts, ist super einfach und geht mega schnell. Und falls ihr noch ein paar Garagen haben solltet und eventuell die nicht voll sein sollten, dann könnt ihr die einfach mit diesen Dingern hier vollstellen und die dann nach und nach verkaufen. Beachtet aber das Verkaufslimit, ja. Nicht zu viele am Tag verkaufen. Und ihr könnt, weil es Straßenautos sind, sie nur alle 45 Minuten verkaufen. Ist aber gar kein Problem, weil ihr könnt sie erstmal in der Garage stehen lassen, immer mal wieder verkaufen. Macht damit Geld. Und damit könnt ihr, wenn ihr echt wirklich die Garage vollstellt, sehr viel Geld machen. Und das Gute daran ist eben, dass ihr nicht viel dafür braucht. Und das ist ja bei vielen Money Glitches so, ja, wo ihr Autos dupliziert, dass ihr da eben sehr viel braucht. Und das ist ja auch eine Art von einer Duplikation, weil wir immer wieder das gleiche Auto hier finden. Und eigentlich geht das nach jedem Mal. Jetzt stehen da zwar schon zwei Sandkings, aber eigentlich klappt das immer jedes Mal, wenn man da wieder hinfährt, fährt, dann einfach in die Garage stellen. Dann könnt ihr auch den gleichen Sandking, mit dem ihr angekommen seid, wieder nehmen und mit dem da hinfahren. Und da könnt ihr wirklich alle ein, zwei Minuten, alle ein, zwei, drei Minuten eure Autos da reinstellen. Und wie gesagt, es kostet euch nichts, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Oder ihr wollt einfach ein bisschen Geld machen, aber habt keine Voraussetzungen, seid noch Low Level. Oder die Glitches sind für euch zu schwer. Dann macht das, ja. Macht euch ein bisschen Startkapital mit dem Ding hier. Und dann macht die großen Glitches und das dicke, dicke Mesh, Cash, Mesh. Und ja, jetzt gucken wir nochmal, ob wir ihn hier finden. Und dann kann ich euch gleich auch nochmal zeigen, wie viel der bringt. Ja, da steht jetzt wieder einer im Blau. Also der andere ist Despond, der gelbe. Meiner steht da noch. Also mein persönliches Fahrzeug, den ich in der Garage hatte. Aber ihr seht ja, das ist hier wie gesagt richtig, richtig, richtig einfach. Und sollte jeder von euch hinbekommen. Und wenn ihr jetzt fertig seid, dann könnt ihr entweder die Mission weiterspielen. Ja, also einfach die Mission spielen. Da bekommt ihr auch noch ein bisschen Geld und RP. Oder ihr geht einfach aus der Mission raus. Ja, hier auf Jobs, dann auf Viereck und auf X. Dann seid ihr aus dem Job raus. Und dann könnt ihr auch einfach schon das erste Auto verkaufen. Ich werde euch gleich jetzt nochmal kurz zeigen, wie viel ein Auto bringt. Aber wie gesagt, ihr braucht dafür nichts besitzen. Es ist mega einfach, geht super schnell. Also dahingehend könnt ihr euch einfach die Garagen vollstellen. Und ich weiß, viele haben von euch noch ein bisschen Platz in den Garagen. Und das lohnt sich dann natürlich, wenn ihr da einfach die Garagen vollstellt. Einfach spawnen auf letzter Ort. Dann solltet ihr auch wieder hier spawnen mit eurem Sandking. Und, ja, oder auch nicht. Und dann werde ich euch jetzt hier gleich trotzdem nochmal zeigen, ach doch, wie viel der hier bringt. Weil das Gute daran ist, dass die Tuning-Werkstatt hier direkt in der Nähe ist. Und dann können wir jetzt hier eben nochmal schauen. Ich glaube, boah, 20.000 oder so. Und einer von den beiden kostet mehr. Ich weiß echt gerade nicht, ob es der gelbe ist oder der blaue. So, jetzt fahren wir hier einmal rein. Und dann könnt ihr das ganze Ding hier ganz einfach verkaufen. Geht ihr auf Verkaufen? 17.000. Ich glaube, der blaue bringt ein bisschen mehr. Ich bin der Meinung, der bringt irgendwie 18.000 oder 19.000. Bin ich mir nicht sicher. Aber ihr seht auf jeden Fall, das ist mega einfach. Ihr braucht keine Voraussetzungen. Das geht super, super einfach. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch nochmal viel Spaß hier beim Geld machen. Euch noch einen wunderschönen Morgen, guten Abend. Ich bin raus, haut da rein. Und ciao, Leute.